jetzt wird's wichtig schreibt mit zückt den kugelschreiber schreibt mit wir gehen rein ins letzte video für heute und zwar noch ein kleines ankündigungs video es ist kein großes video aber fritz meinecke hat ein video hochgeladen und zwar seven versus wild staffel 3 statement plus release ich habe bock aufs release datum und natürlich hier ist das statement noch da enthalten oh mein gott ich kann nicht reden hier ist das statement noch enthalten zu der ganzen reaction sache glaube ich und wegen freebie gehe ich zumindest davon aus wir gehen ins video in saftig knaftig kurze video wir gehen rein ich bin's fritz und willkommen auf dem live kanal ihr habt schon im titel und natürlich gesehen es gibt wieder ein paar updates ein paar neue infos zu seven versus white viele von euch warten auf ein statement von mir um ein paar sachen zu klären und ich möchte vorab sagen ich möchte das ganze thema nicht zu groß machen und jetzt wieder negative schwingungen verbreiten und dann stürzt sich die presse wieder darauf und dies und das deswegen halten wir das kurz und knapp erstmal staffel 3 oder auch generell 7 was weit ist für mich persönlich und auch für das team im hintergrund einfach ja ein riesen learning bei allem was wir machen ja wir sind nicht perfekt wir sind keine profis wir machen das nicht seit zehn zwanzig jahren sondern wir probieren uns aus und natürlich wachsen solche projekte und es entstehen auch neue probleme und herausforderungen wir sind auf jeden fall im hintergrund immer dran danach zu sprechen zu gucken was kann man verändern und das haben wir jetzt zu diesem zeitpunkt natürlich auch schon für staffel 3 gemacht denn ja müssen wir auch nicht zugeben es gab probleme vor ort in der produktion aber probleme sind ja dafür da um gelöst zu werden ich sage es euch auch wie es ist ohne diese probleme wäre es auch nicht das was es heute wäre die meisten sachen die geil sind entstehen aus problemen und ich glaube würde alles ohne probleme funktionieren dann wäre das für die produktion für das produktionsteam von hier generell 7 was wild nicht so geil es ist viel geiler wenn was schief läuft wenn da wird man sich irgendwann drüber kaputt lachen du wirst irgendwann darüber reden wirst sagen hey bei staffel 3 wisst ihr noch da haben wir das war so geil es lief gar nichts keine ahnung kamera dauerhaft überhetzt die scheiße alle lachen sich drüber kaputt so dinge sind auch meines erachtens übel wichtig um auch so ein bisschen einfach das im gewissen zu haben natürlich für die zuschauer wenig gar nicht die kriegen es ja meistens nicht mit aber für die für die leute die dieses projekt umsetzen man muss auch mal die denken die werden sich so wilde geschichten damit rausnehmen wenn irgendwas nicht funktioniert oder so das ist schon eine epische sache und das auch halt auch einfach einzigartig eine sache ist mir noch persönlich sehr wichtig ich habe einen entschluss gefasst vor ja einigen monaten und zwar wollte ich immer mehr teilnehmer sein ich habe mich gerade in staffel 3 noch mehr fast zu 100 prozent sage ich mal aus der orga rausgezogen und gesagt pass auf ich will nur teilnehmen sehen macht 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 habe damit natürlich auch die verantwortung abgegeben war dadurch aber auch in viele entscheidungsprozesse nicht mehr involviert ich glaube viele von euch da draußen denken immer dass ich zu jeder entscheidung und was zu sagen habe aber mir war es halt wichtig ich wollte diesen ganzen autos so weit und was nicht alles part mehr auf mich wirken lassen und ja habe mich deswegen einfach entschlossen 100 prozent oder sagen wir 99 prozent teilnehmer zu sein und deswegen gab es einige entscheidungen die ich persönlich auch nicht getroffen habe ganz wichtig ist es ich möchte hier nicht mit dem finger auf irgendwen zeigen und sagen du bist schuld du hast das gemacht denn ich habe definitiv auch fehler gemacht in der kommunikation ich habe manche sachen vielleicht ein bisschen zu naiv gesehen und dachte mir so ja die machen das schon alle also ein bisschen irgendwie so eine lustige klassenfahrt aber ja ich glaube da geht es um das freebie thema habe ich irgendwie das gefühl er wird es ja gleich noch ansprechen aber vielleicht dass er das natürlich alle gesagt haben so fritz wie kannst du sowas annehmen wie kannst du das machen und vielleicht hat er da gar nicht mitgeredet aber es wurde schon mal in anderen videos ganz oft gesagt seid froh dass es überhaupt eine staffel 3 gibt und dann noch eine teams edition die leute die sich das auf free wie angucken monat früher macht es ich werde es mir auf youtube angucken weil das ist ein youtube format ich habe da bock drauf da warte ich lieber einen monat länger aber ich finde es geil dass amazon geld in die hand nimmt oder free wie halt und diese scheiße supportet es ist geil das ist so schön genießt es doch mal das projekt ist größer geworden es ist alles komplexer es ist alles schwieriger und ja da habe ich es vielleicht in manchen dingen einfach ein bisschen zu einfach gesehen also deswegen es geht nicht darum jetzt schuldige zu suchen und sagen du bist kacke du bist kacke das ist völliger quatsch viele haben an dem projekt gearbeitet dadurch passieren einfach fehler wie gesagt mich mit eingeschlossen und genau deswegen geht es darum im nachhinein zu sprechen und aus den fehlern zu lernen und natürlich haben auch den unmut von einigen von euch mitbekommen in bezug auf den exklusiv zeitraum von free wie ganz wichtig ist noch mal zu verstehen dass free wie unser partner überhaupt diese dritte staffel erst möglich macht ohne free wie würde es das alles nicht geben und ihr müsst auch verstehen dass ihr seven versus white nicht damit schadet wenn ihr es dort gucken solltet das ist eure komplett eigene entscheidung ob ihr das auf youtube oder auf free wie schaut wir gemeinsam als team haben uns auf diese partnerschaft eingelassen und sind auch sehr zufrieden mit von daher möchte ich bitten seid einfach fair verbreitet keine negative stimmung und schreibt irgendwelche komischen kommentare die im endeffekt auch nichts mit der realität zu tun haben denkt vielleicht dass eine wichtige worte ist darüber nach bevor ihr da was abschickt unterm strich gesagt haben wir eine geile dritte staffel auf die ich mich auch ganz persönlich schon freue und für euch bleibt der content weiterhin kostenlos so kommen wir zum fahrplan viele fragen immer nach das heißt jetzt ohrenspitzen kalender rausholen und jetzt wird es wichtig schreibt mit zückt den kugelschreiber schreibt mit dick und fett eintragen seven versus wild startet am 31 10 auf free wie und auf youtube auf geht es los immer dienstags und freitags ja wir starten mit der ersten folge der hauptserie wie gesagt am 31 10 und auf youtube startet am 31 10 exklusiv die behind the scenes staffel immer einmal die woche und ab 29 11 geht dort dann auch die hauptserie los immer zweimal die woche um 18 uhr mittwoch und samstag aber aber was ich direkt sagen muss was ich super 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 nice findet dass die behind the scenes folgen trotzdem noch auf youtube bleiben weil das das sollen wirklich die leute sehen die auf youtube das ganze verfolgen die einfach es werden so viele leute auf free wie das gucken weil die vielleicht mit dieser ganzen youtube bubble gar nichts zu tun hat aber ich finde es geil dass diese leute die diese youtube bubble einfach weil die schon die ersten beiden so supportet hat noch on top diese behind the scenes staffel bekommt und das finde ich so geil und es wird wie die letzten jahre auch schon 16 folgen geben und ganz exklusiv eine 17. special folge warum wieso spekulation erlaubt ansonsten wie die letzten jahre auch er hat mich er hat mich was das thema reactions angeht fühlt euch frei allerdings bitte 24 stunden nach youtube ausstrahlung und dann noch ein appell an alle leute da draußen ich weiß das betrifft wahrscheinlich nur 0,01 prozent aber verbreitet einfach keine spoiler schreibt keine komischen sachen dreht irgendwelche kuriosen tik toks um irgendwelche informationen an wo preiszugeben seid einfach fair genießt die serie ich kann euch versprechen es wird eine sehr sehr geile serie mit vielen wendungen und vielen spannenden abenteuerlichen erlebnissen ansonsten freunde ihr seht es ist herbstlich ich bin auch gerade wieder sehr sehr gerne draußen aber ich freue mich auch extrem drauf wenn wir gemeinsam im stream und dann natürlich auch hier auf dem live kanal uns die folgen angucken werden und ich mache das natürlich so wie die letzten jahre auch ich werde mich nicht spoilern lassen ich werde mir nichts vorher angucken ja ich habe bin auch nicht im schnitt mit involviert oder mache irgendwelche abnahmen das ist das erste mal mit euch gemeinsam live anschauen und ich finde es halt auch geil die ganzen teilnehmer können sich dieses endprodukt angucken im stream und sehen wie es den anderen in diesen momenten ging brutal brutal ich finde es so geil bin auch schon sehr gespannt was die anderen teilnehmer alles so geleistet oder vielleicht verzapft haben zum abschluss natürlich ihr kennt es einmal den live kanal abonnieren dann verpasst ihr nicht die ganzen reactions und natürlich auch den offiziellen seven versus wild kanal gerne abonnieren und natürlich auch meinen persönlichen fritz meine da gibt es auch was fritz hat 2,75 millionen abos das ist krass das ist sehr krass respekt aber einfach des helfen was wild youtube kanal hat noch keine millionen abos also das ist wirklich unangenehm geht da mal alle rüber und abonniert abonniert mal alle kanäle fritz hat es verdient machte drei millionen abos von auf seinem main channel neue abenteuer also check das aus links und in der video beschreibung und da würde ich sagen bis zum nächsten mal unfassbar wild ich bin asozial hype darauf ich freue mich ich habe so bock auf diese ganzen teams die ich bisher gesehen habe ich bin auch absolut gespannt wer gewonnen hat es ist irgendwie ist es so perplex dass man das einfach diese person die gewonnen hat oder dieses team junge wie können die still halten wie können die still halten ich würde da voll abgehen ich weiß nicht ich werde so der glücklichste mensch der welt keine ahnung ja sehr nice jack gerne fritz abkuss geht raus